Die Schweizerische Blattwerk AG hat unter der Marke Schneck ein neuartiges Gastro-Konzept eingeführt. Mitbetreiber und Initiator ist die Kellermann-Gruppe, einer der größten Gemüseanbaubetriebe der Schweiz. Schneck, das sind mobile Verkaufswagen mit tagesfrischen Salaten, Sandwiches, Suppen, Dips und Getränken an stark frequentierten Standorten im Großraum Zürich. Sowohl die IT-Lösung für die Zentrale als auch die integrierten mobilen Kassenlösungen für das Startup-Unternehmen stammen von Bison. Die Zusammenarbeit zwischen Blattwerk und Bison war sehr gut. Man hat die Kompetenz der Leute angemerkt. Sie haben die richtigen Fragen gestellt und die richtigen Antworten gegeben. Also absolut kompetent. Bei der Blattwerk AG kommen unter anderem das zentrale Warenwirtschaftssystem X-Stuade mit den Modulen X-Stuade Store und X-Stuade Mobile sowie das BI-Tool ClickView zum Einsatz. Der innovative Betrieb als Cloud-Lösung bedeutet für Blattwerk geringste Investitionen. Weil wir auch die Option hatten, das ganze Modell zu mieten, was wir auch sehr gerne in Anspruch genommen haben, weil es für ein Startup-Unternehmen nicht immer einfach ist, die notwendigen finanziellen Mittel dafür aufzuwenden. Die Software überzeugte aber nicht nur durch ihre flexible Beschaffungsform. Wir haben ein System gesucht, das eine hohe Kompetenz in Sachen Schnittstellen hat, das sehr schnell und zuverlässig arbeitet, weil wir vor allem an hochfrequentierten Standorten sind, brauchen wir da Zuverlässigkeit und Schnelligkeit. Und alle Erwartungen haben sich bis jetzt erfüllt. Bereits frühmorgens unterstützt X-Stuade Wareneingangskontrolle und Kommissionierung. Damit sorgt das Warenwirtschaftssystem für eine fehlerfreie Bestückung der Verkaufsfahrzeuge. Beim Verkauf kommt das mobile Kassensystem X-Stuade Mobile mit iPhones zum Einsatz. Die Geräte sind mit Scannern für das Erfassen der verkauften Waren ausgestattet. Nach jedem Abschluss werden die Druckdaten für den Beleg via Router an den mobilen Drucker gesendet. Anschließend werden die im iPhone gespeicherten Datensätze über das Mobilfunknetz an X-Stuade übertragen. Dort stehen sie auch dem angeschlossenen FIBU-System und ClickView zur Verfügung. Die BI-Lösung liefert damit jederzeit hochaktuelle und grafisch aufbereitete Verkaufszahlen. Als Basis der Warenbestellungen für den Folgetag. Und wie lief das Projekt? Das Projekt ist sehr gut verlaufen, obwohl wir einen sehr engen Zeitplan gehabt haben. Wir haben uns immer sehr, sehr wohl gefühlt.